jetzt haben wir hier noch eine kiste jetzt wo ich es sagt hätte vielleicht mal schlafen sollen trinken 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 spott feuerball gift britzel na den kriegen die ja auch absolut wow wow okay ganz ruhig du heilung du das den müsst ihr gleich am gift umkippen kaputt sehr gut zaubertrank gift britzel schutz schlafen du geheimersuchen das habe ich glaube ich auch schon zeitlang nicht wieder gezaubert ich glaube ich gehe noch mal durch den erdbereich durch ist ja nix nix und schon wieder das symbol was ist das da das würde ich auch ganz gerne aufheben können wenn schon da liegt und so verlockend pulsiert nee darum 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 also ich glaube das würde ich machen wenn ich ein spiel programmieren würde ich würde fast alles aufhebbar machen das muss nicht einen sinn haben aber ich würde trotzdem die sache gerne mitnehmen können das ist bei mir so eine sache mit dem gluten und so halt beute machen ist ein sehr wichtiger aspekt für mich im spiel gerade wenn man drachen oder so tötet dann will ich nicht eine truhe haben mit drei vier mächtigen gegenständen oder so sondern ich will zigtausend münzen die müssen nicht mehr viel wert sein das müssen aber nur viele sein und dann noch irgendwelche krüge und karaffen und amulette und lauter gedöns halt das ist so richtig vieles dass man sich vorstellen kann ja das wurde innerhalb von jahrhunderten zusammen gesammelt nicht so ein zwei gegenstände aber gut was mache ich jetzt eigentlich wir haben den einzigen bekommen wir haben keine weitere scherbe für die türen das hat unser tagebuch finde heraus wer die banditen anführt also wir werden noch öfter hierher zurückkommen jetzt sind wir hier doch schon erstmal fertig also wir werden noch öfter hierher zurückkommen jetzt sind wir hier doch schon erstmal fertig das heißt wir erstatten jetzt bericht und bekommen dann hoffentlich die erlaubnis über die eine brücke rüber zu gehen die bei port mayran um dann nach seahaven zu gehen so klick greift nach hause hier nick tapfer das sind auch so eine power emote zwischendrin wir müssen um ja zu drücken quasi bestätigen dass wir ein mulmiges gefühl haben wenn wir auf dem greifen reiten und dass uns speiübel wird ja ok ich halte mich zurück ist alles gut guck mal was der gigolo sagt klick auftrag elementarer störung mysteriöse dunkle elfen die alte altäre entweinen und in rätseln sprechen große elementar geiste die sich auf der materialen ebene manifestieren diese halbinsel wird mit jedem verstrichenen tag langsamer seltsamer ich danke euch für den bericht freunde auch wenn die dinge immer noch nicht so verworren sind auch wenn die dinge immer noch so verworren sind wie zuvor wenn nicht sogar noch verworrener nichtsdestoweniger habt ihr für eure bemühungen eine belohnung verdient die toren von karsal sind nach wie vor geschlossen aber ich habe einen mann der stadt dem es gelungen ist mir ein lagebericht zu schicken anscheinend hatten die anführer die sich zu den neuen herren über die stadt geschwungen haben die hilfe einer söldner kompanie die sich die schwarze garde nennt ich werde keine belagerung riskieren um die stadt zurück zu erobern die imperatorin hat ausdrücklich befohlen einen krieg um jeden preis zu verhindern und ich habe ohnehin wenig männer die männer ziehen sich ganz schön überdroschen an einstweilen können wir kaum etwas anderes tun als abzuwarten und zu verhandeln zwar können wir wegen karsal im moment kaum etwas unternehmen aber wir müssen noch mit den banditen beschäftigen ich lese ständig den brief den ihr gefunden habt er bringt uns zwar nicht weiter aber die person die ihn geschrieben hat ist offensichtlich gebildet und scheint einen persönlichen groll gegen mich zu hegen leider erkenne ich die handschrift nicht aber ich kenne jemanden der es vielleicht könnte ihr müsst einen guten freund für mir suchen lord wilbur ne nicht wilbur humphrey lord wilfred von kilburn kilburn sagt mir aber auch was aus welchem spiel war der na gut bei unseren letzten begegnungen wollte er zum alten chantieri observatorium im westen ihr müsst ihn finden und ihm diesen brief zeigen er hatte schon immer ein auge für details vielleicht findet er einen hinweis den wir übersehen haben es ist weit hergeholt aber wir brauchen dringend eine spur wird erledigt sonst noch was ich habe noch einen auftrag für euch weit im westen gibt es einen kleinen hafen namens die klippe eine piratenstadt seit monaten überfallen ihre bewohner die küste der halbinsel leben den maritimen handel und vergrößern das allgemeine chaos sie sind zum glück eine eher familiäre anliegenheit wenn euch eure reise zur klippe führt überbringt diesen brief den piratenkönig persönlich wegen seiner stuhlheit nicht die oberhand wenn seine stuhlheit nicht die oberhand gewinnt wird er einen waffenstillstand zustimmen und dann können wir uns auf die echte bedrohung konzentrieren gehabt euch wohl freunde und haltet mich über eure erkenntnisse am laufenden ich mache mir langsam in meinem kopf so ein bild zusammen wie wer dieser john morgen wirklich ist also diejenigen die meinten magic also heroes of my magic 5 und 6 gespielt haben werden es wahrscheinlich genauer wissen aber ich reihe mir halt immer gerne sachen zusammen momentan kommt er mir vor wie so ein aufgeblasener kleiner fatzge der der sohn von einem piratenkönig ist und dann von zu hause ausgebrochen ist weil er ein bisschen rumgetrotzt hat und dann hat die imperatorin gefunden und weil er so putzig aussieht hat sie ihn mal ins bett geholt und jetzt steht er hier rum mit einer prunk rüstung und tut ein auf paladin das ist momentan das bild das ich von ihm habe mal gucken wie nah seine wirklichkeit ist fortsetzen so jetzt dürfen wir bitte über die brücke und wir journey nach westen brücke ist leer sehr schön da ist die neue stadt will gleich ausgiebig erkunden werden navia fluss nach seehafen gehen norden nach kartal gehen südwesten wir wollen sofort in die stadt klick seehafen betreten und hier werden es mit recht viel zeit verbringen also ich denke mal ein zwei folgen mit stadt erkunden könnten da schon drin sein also alle händler alle npcs bequatschen wegen den quests und so weiter und so weiter sollten wir eigentlich in der ersten stadt auch noch mal machen aber hatte ich nicht so die motivation zu wir sind ja schon dreimal durchgelaufen hallo jungs haben wir wollen also nicht reden gut gesprochen ganz schön viele leute hier willkommen in seehafen schatzjäger haltet euch aus allem ärger raus ok sehr schön sitzende npc der ein buch liest das finde ich sehr gut weil bisher standen die einfach nur so in der gegend rum aber jetzt arbeiten sie da am stand lesen bücher sehr schön und pupsen na gut ignorieren wir mal willkommen in seehafen reisende kann ich euch helfen ich kenne dieses haus ist genau das gleiche haus wie von maximus meister mit beiden waffen nein experte mit dem schild ja danke experte mit dem spiel brauchen wir nicht die leichten rüstung haben wir noch nicht gibt es aber hier also schild spiel leicht rüstung da ex schild spiel leichte rüstung so da ist nichts du machst mal geheimnis entdecken ihr beide hängt hier nur so ab aber noch ein sitzende npc der diesmal auch haltung wechselt und alles sehr gut die die und hier wird ganz schön viel gepupst aber die npcs könnten sie auch ruhig in die erste stadt mit reinbringen das würde das ganze gleich viel mehr auflockern hier ist eine richtige sauf gelage am gange sehr schön sehr sehr schön also ich habe ja in den letzten beiden folgen doch ein wenig gemord über das spiel aber die stadt hier reißt das schon alles wieder raus bis jetzt jedenfalls aber ich denke mal es wird nur noch besser gerade was die händler angeht hier ist nix kiste wer experte für ausdauer alle außer jallen klick 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 experte für ausweichen ist noch keiner also ausdauer ausweichen ausdauer ausweichen raus klick 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 äh exp ausdauer ausweichen ausweichen falsche richtung ist ganz schön wenig gold und wir sind proppevoll ähm vielleicht sollten wir doch nicht in den seitengassen rumtouren sondern direkt zu den händlern gehen hau du das da ich glaube wir sind bei den elfen also seht ihr mehrere stadtteile das könnten die elfen sein mit den ersten bäumen hier silber klingen ja definitiv elfen und er hat auch so eine leuchterüstung äh wir würden gerne äh handeln erstmal danach können wir reden weg 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 brennende entschlossenheit können wir zaubern aber terik ist vielleicht nicht immer wach warum nicht mehr platz seismischer drachenzahm vom sylanas orden äh einhand waffe äh plus 20 schaden erde 50 prozent krit schaden bei einem erfolgreichen angriff werden alle feinde in der gruppe des ziels 13 schaden erleiden ja das ist ja 11.600 gold ja ok wir machen alle locker doppelt und dreifach soviel ja dreifach locker soviel schaden wie unsere waffen also nicht dass gerogon irgendwann mal irgendwas treffen würde im nahe kampf aber hammer ok es macht also echt einen ganz schönen sprung hier das spiel das heißt alles was wir bisher gefunden haben ist sinnlos könnten wir wegschmeißen und hier einfach neue sachen kaufen auftrag seit langer zeit bin ich auf der suche nach stern silbererz dieses heilige metall ist selten da es sich nur in herabfallenden sternstuppen befindet edwin der astronom hat mir erzählt dass vor einigen tagen ein meteorit in die trostlose wildnis gestürzt ist bringt mir das stern silber dann kann ich euch eine klinge schmieden die ascherns größten helden würdig ist ähh was willst du dafür ich sehe momentan nur ein vorteil für uns aber ok bist du eine elfer das du bist komisch das passt ähm also ein zwerg hätte jetzt sich tausend goldmünzen gewollt aber elfen könnte ich schon fast nachvollziehen dass sie das umsonst machen wollen oh müll ähm interessant ähm k k k k k Vielen Dank.